Herzlich Willkommen aus Kaubenheim, einem Ortsteil des Marktes Ipsheim im Landkreis Neustadt an der Aischbad-Winsheim. Wir kommen aus Ipsheim und fahren in Richtung Uffenheim, links ein Gasthaus zur Krone. Das ist die Boxbeutelstraße hier, ein schöner Ort mit Fachwerkhäusern. Ein kleines Kerr. Auf Wiedersehen! So, den einen Gasthof können wir uns nochmal anschauen, da war ein ziemlich interessantes altes Haus, auf dem war Gasthof drauf gestanden. Hier rechts war das glaube ich, ja genau, Gasthaus zum Hirschen, interessant. So, das war das glaube ich, ja genau. Das war's und tschüss.